Am Donnerstag, dem 17. September Schöner Scheitern mit Ringelnatz Heike Feist und Stefan Plepp Vom Scheitern und Wiederaufstehen ein Lebenslauf Kurzweilig werden markante Lebenssituationen sowie die Beziehung zu Muschelkalk, Ringelnatzfrau beleuchtet und Unbekanntes zu Tage gefördert. Lassen Sie sich verführen mit Ringelnatsch im Blick auf die Welt des Scheiterns zu schauen. Der Blick eines großen Kindes und Genies, das allzu oft als verträumter Spinner und alberner Spaßvogel verkannt wurde.